ihr lieben ihr fragt euch warum bei der steffi in der küche alles immer so glänzt unter anderem auch der thermomix und meine spüle das liegt einzig und allein am wunder clean reiniger den ihr in meinem online shop bekommt das ist ein konzentriertes reinigungsmittel wenn ihr damit putzt glänzt einfach wirklich alles auch fenster und spiegel ich bin total begeistert davon ihr braucht eine erbsengröße davon in eine flasche geben mit 140 milliliter lauwarmem wasser aufmischen und schütteln und dann habt ihr eine gebrauchsfertige lösung die ihr aufsprühen könnt und damit wunderbar putzen könnt wunder clean ist geruchsneutral und wenn ihr einen ausnahmemäßig geilen geruch haben wollt dann riecht es einfach nach ich kann es nicht beschreiben so traumhaft gut einfach nach super sauberer frisch gewaschener wäsche dann kann ich euch das junali düftöl empfehlen sechs tropfen davon mit in die flasche und ihr habt ein wunderbar tollen geruch und einen super geilen reiniger